. 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 Ja, alles gut. Dann raus, Herr Geil. Was? Nee. Du musst erst mal... Na, na. Ja, eigentlich ist das scheiße. Das ist doch kein Strom. Willi, dann zieht ihr doch gleich noch den Garten aus. Ach so, wegen... Leute, Leute, wir würden doch von der Bremse an den Sohn. Wir decken rauf noch ohne. Ja, decken rauf.